Hi Ah, jetzt funktioniert es Jetzt läuft wieder Jetzt ist gerade ein Platz frei Einen Moment Ich bin gerade im Match Weil bei euch voll war Wie lange noch? 5 Minuten Ah, haben sie nicht, aber Assist gerucht Und noch ein Assist Achso, stimmt ja Warte, gehts rund hier Kotzi ist so leise Das? Das ist so leise Ich bin total beschäftigt hier Ich gleich wieder Spaß und... Ne, Lach-und-Sach-Geschichten Mit Rozi Ach, heilige Scheiße, ich kann nicht mehr schreiben Aha Und ich schaue in eine Granate rein Läuft Läuft Ich gehe zu Riki Ich gehe zu Riki Drei Minuten Bin ich auch dabei Riki noch da? Ach, scheiße Riki? Bin noch da Bin noch da Ganz still und heimlich Ja, wer weiß was er macht Der hat doch nur eine Frau Ja, ja Also Man macht das, was wir zwei nicht tun Wo willst du das ist? Ja Wenn du ne Frau hast Die ist auf Axel Aha Da waren es drei Weil eigentlich vier Lugger Wir wollen zusammen essen gehen Aber der Kleine ist krank hier Wohnt gegen Mittag Mit Fieber alles dumm und da Und dadurch bin ich jetzt zuhause Hüte die Kinder Und sie ist bei ihrem Besten Oh, komm ich tröste dich Passt da bei uns Genau Sieh das positiv Ich tock mit dir Halt shot Da waren schon wieder zwei Da war einer unsichtbar Eine gemeine Sache Gegen den hab ich schonmal gespielt Erfels Erfels Ja Halt shot Ich darf nichts mehr trinken Ach doch, darfst du nicht Du musst dann saufen oder was? Das ist gar nicht Also Rozi hat schon ne Polo rum weg Und ich auch Und ich bin heute ausnahmsweise mal Wo alle besoffen sind Bin ich derjenige der nüchtern ist Ironie bis Fiskal Halt die Fresse Mach dir ein Bier auf Und join dem Raum 1 Wenn ich's hätte Das waren harte Töne Damit ich besoffen bin Ja, musst du mir noch zwei Flaschen vorbeibringen Sambuka? Oder Jägermeister? Keins vorbei Bist du ekelhaft, Alter Du bist auch so ein Geschmackskribbel, oder? Nee, aber anständiger Was trinkst du? Was? Jägermeister, Sambuka Oh, du bist so ekelig, Alter Wieso? Was muss man daran ekeln? Alter, Geschmackskribbel Oh, da muss ich erstmal einen drauf Oh, sie legt los Ich weiß, ich bin ne Sau Aber kann ich nix für Tretti Ich bin bei dir Tretti Nicht mehr Oh, Kahn hat mich abgeschossen Tretti 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 Wer ist läufig? Kennst du das Lied nicht? Sie sind grundverschieden, doch beide sind sie käuflich. Oh, halt die Klappe. Was hast du? Das ist doch ein lustiges Lied. Das ist doch ein lustiges Lied. Nicht dein Ernst, Mann. Frauen und Alkohol. Einige, das sich über Frauen weist. Sie liegt in den Schwänzern nur noch weit. Ja, dich! Agaul ist hier. So, da sind doch Plätze frei. Hyper Sprint. Jo, jetzt aber... Das erinnert mich immer an den Song von Scooter. Hyper Hyper. Ja! Jetzt kennt er den Song auch noch. Ja, natürlich. Jeder kennt Hyper Hyper. Ich nicht. Was ist denn das für ein Lied? Wie? Komm, näher, Rot C. Ich habe keine Munition mehr. Ich bin zur Ruhe. Ich bin zur Ruhe. Du bist nicht auf. Sag, kalt dich. Ich bin zur Ruhe. 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 Ja, schön. Ey, der Ruhe North ist ja bei mir in das Ding. Oh, schade! Boah! RIP Brother, habe ich dich eigentlich schon zerlegt? Ich bin bei dir im Team. So ein Quatsch. Du bist bei mir im Team. Und da Ricky gegen mich spielt, musst du wohl auch gegen mich spielen. Und wenn ich so Tab drücke und dann gucke, dann bist du auch gegen mich. Ah! Mann, ich habe doch gar keine Lust mehr. RIP Brother hat meine Stepmom gekillt! Es ist kalt. Es ist kalt, macht die Heizung. Da vorne können die Rammstein ein Lied singen, Junge. Macht dir warme Gedanken. Ah! Warme Gedanken, eigentlich mehr. Gehen wir nicht auf mich! Kopfschuss! Gegen Vierer! Ja! Ja, manche Leute haben halt auch mal Glück, ne? Au! Also, ich muss sagen, für den Sniper war das schon eine große Distanz. Komm! Ich habe gerade eine Frotansicht. Ja, Gott, sieh, was gibt's? Bam! Ich bin ja sprachlos. Bam! 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 Haha! Warum liegen wir so weit hinten, Ricky? Wieso ist mein Ton vom Handy jetzt an? Weil ich im Gegner-Team bin. Ihr Ton vom Handy ist ja, weil du im Gegner-Team bist. Okay. Richtig! Weil ich mich gerade nicht anstrenge. Ich kann gerade nicht. Ich muss gerade was schreiben. Ja, klar! Ah! Geißgranate! Ich habe vorgeworfen, Kollege. Ja, ja. Mach ich auch manchmal. Hey, Ricky! Guck mir mal an! Was? Ja! Guck mir mal an! Oh! Jetzt wurde gekillt! Wieso? Ich war hinter dir. Ich will auch eine Magnum haben, man. Ja, scheiße! Tappelst du da gerade? Richtig schön. Was? Nee, mich hat jemand anders abgeschossen. Ich habe kalte Füße. Ja! Zwei gegen einen! Und schon wieder ein und derselbe! Sag mal, du hast es! Oh! Geil! Nochmal! Rozi will kuscheln! Was? Wer sagt das denn? Ich. Ich will nicht kuscheln. Doch, die Rozi will immer kuscheln. Oh! Ja, gib Adresse! Ich komm rüber! Nee! Nein! Wie jetzt? Erst sagen und dann nicht annehmen, oder was? Permabann! Oh! Kann ja nicht normal hier sein! Erst sagen, sie will ficken und dann... Nee, nee! Your Stepmom! Ja? Your Stepmom! Ja! Gibt's euch dreckig, ich sag's dir! One, two... Also praktisch deine Stepmom gibt's euch dreckig! Nein! Nein! Ah! Grad guck ich immer in die andere Richtung! Nicht da wo der Gegner eigentlich ist, man! Das kackt mich grad ein bisschen an! Geht mir aber auch so, Freddy! Was denn los? Hörst du nicht mehr von wo sie kommen, oder was? Ja, doch schon! Aber wenn da so viele sind, dann fällt's mir schwer, wenn ich grad auf 1 ziele... Was machst du da, Rotze? Bist du am Handy? Hahaha! Nein! Ich hab... Ich hab grad ne Granade abgeschmissen! Ja, hab ich gesehen, nachdem du... Nachdem ich dir erstmal schön eine Breitseite verpasst hab! Ja! Ich find das viel besser, als wenn wir bei uns im Team seid! Und dann warst du halb tot und deine Bezweiflung hast du auf G gedrückt! Ähm... Oh no! Vicky! Was ist denn da? Was ist denn da? Der hinter dir mit ne... Aua! Mh, mein Willen! Der Schottgang kann ich das echt vergessen, Junge! Acht Schüsse! Und wie viel Leben hast du noch? Ich stehe jetzt genau hinter den und muss mich jetzt in Schutz nehmen! Jetzt geht er weg von mir! Ich glaub das nicht! Pff! Serious! Zwei auf ein ey! Da kommt der dritte um die Ecke! Hahaha! Aber ey! Zweimal Assist bekommen, innerhalb von einer Sekunde! Das du Teampartner habt, der hat's geschafft beide auszuschalten, die du nicht geschafft hast! Hey, ich hab die beste Vorlage halt gemacht ne! Anders gesagt, du bist schlecht! Nein, ich bin nicht schlecht! Ah! Komm, rede nicht sein! Und noch nen Respawner dabei bekommen! Und dich auch! Ah! Ich geh um die Ecke, zack, steht er da mit der Knarre, ey! Im Anschlag! Ja, der Anschlag! Was hat er geschrieben? Wo sehe ich das? Ah, verloren! Wuuuuh! We lost! Get back your base and we can! Puh! Meint der Easy! So, sie sagt Stepmom! Deine Stepmom fand's leicht! Meint der! Ja! 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 Warum sagst du so, Ricky? Ich hab doch nicht so gesagt! Nee, wer dann? Ja! Ja, hier so einer in Chat hatte gerade Easy geschrieben! Hm? Ja! Deine Stiefmutter hat Easy geschrieben! Hahaha! Aber ich war nicht letzter! Hahaha! Pazifistin! Was für ein Ding? Du bist Pazifist! Weißt du was ein Pazifist ist? Der jeder immer stirbt! So Leute, die nicht auf Waffen stehen! Die sind gegen Waffen! Für dich immer! Pfff! Guck mich nicht! Pfff! Ich hab jetzt das dicke MG freigeschaltet! Ach, spielen wir jetzt Terminal Conquest? Genau! Hm? Los! Deine Stiefmutter fragt mich, ob ich die Skar oder die K-22 besser finde! Hahaha! Deine Stiefmutter fragt dich! Jaja! Pazifistin! Hm? Hast du mal wieder Lust auf ein One-on-One? Pazifistin! Was ist denn Ding? Ein 1 gegen 1! Ach, du haust mich sowieso um, ey! Hahaha! Nicht, wenn ich mich dazwischen stelle! Dann wärs aber kein 1 gegen 1 mehr! Riki nennt mich in Schutz! Hahaha! Hahaha! Riki, pass auf mich auf! Riki ist mein Bodyguard! Das war ja zu Saban! Hahaha! 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 Das war jetzt ein Scherz! Mann! Hätte ich jetzt auch besorgt! Toll, wir dürfen verteidigen! Die Runde verlieren wir! Und jetzt antwortet der Pisser nicht mehr! Goll, das! Oh! Oh! Oh, mein Kumpel spielt Black Ops 2! Oh! Oh! Halt die! Klappe! Schrotzi-Rotzi! Fuck! Probierst du mal mit der Schrotze! Was soll ich machen? Probierst du mal mit der Schrotze! Was ist die Schrotze? Ne, das schießt nur einmal, ne! Was ist das Beste an der Waffe hier? Du kannst auch beim Nachladen noch abfeuern, sobald du ne Kugel drin hast! das problem ist es muss rattern ja wenn du schnell genug klicks tut es auch das ich habe nur fünf schuss für mich muss sich rattern für mich muss es leute umbringen ich muss es rattern hören mir reicht auch ein puff wenn der gegner dabei tot ist du bist bei mir ich hasse verteidigen bei terminatorn was muss ich schon wieder verteidigen wo bin ich hast du mir jetzt nicht dass der ein schaden mit der schrotze weggeknallt ich werde doch nicht verstehen bleiben das vier hauht euch um ich habe eine shotgun ja ich knall ihn in die fresse aber okay her im momenten in der Fresse rein das liegt mir jetzt geil ja die erste warte ich hab die erste nicht ich hab das tiefgemacht fasse das abwarten wir müssen gerne eingeben gott verdammt hast du was freddy was ja ich hab dann das tiefgemacht was reingesteckt nice nicht die warum stirbst du weiß nicht da ist der typ der zieht auf mich er hat die lust am leben verloren es ist zum emo geworden und getreten wieso kann ich meine drohnen nicht aktivieren alter leute ihr wisst schon dass die uns gerade überrennen ja ja deswegen ja aber ich kann meine drohnen nicht aktivieren ich kann meine drohnen ah jetzt oh neck mich am Arsch ah Kronos ist echt gut muss ich sagen verloren jedes mal dieselbe scheiße wenn ich auf der weite spiele auf der anderen Seite renne ich hoch 10 aber jedes mal dann geh doch zu Freddy ja geh doch ey nur weil ich in dem team bin heißt es nicht automatisch dass das team auch gewinnt ne ne heißt es nicht aber jedes mal wenn ich auf der seite spiele wo ich jetzt gerade war so auf der verteidigerseite verliere ich diesen diesen spielmode jedes mal ich weiß nicht genau dann wechseln wir beide jetzt einfach das team und dann verlierst du trotzdem weil du dich dann extra blöd anstellst oder was nein wechsel das team ich wechsle auch das team jetzt spielst du auf der anderen Seite warte wechsel das team wechsel team so jetzt spielst du auf deiner favorisierten seite und ich sag dir was du bist trotzdem im Arsch Prozent das ist die Welt zu sagen Lachen Prozent 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 immer noch Städte ein über die das Leben da ich habe mich aber bemerkt dass mich in diesem Match grad jemand mit dem Sniper angemeldet wird hat die ich nicht mehr mit der Paare ach so das ist es mir aber auch nicht aufgefallen hast du mich einmal getötet ne wir sind uns gar nicht über dem Weg gelaufen ne irgendwie nicht ne aber jetzt werde ich Anubis ein paar mal über dem Weg laufen hast du das im Hafen mitgekriegt dass ich mit der Paare ein Handy nach dem anderen gedrückt hab ja ja das hab ich wie kann ich das nicht mitkriegen Junge ja aber das ist böse wir haben uns ja auch einen Paare gegen Shotgun Battle geliefert aber die Shotgun die hatte natürlich keine Chance was eigentlich müsste ich Video Upload davon machen Alter die Killer Paare Au das war diese Au kommt denn der her macht nichts einfach spawnen und weiter Alter wo ist deine Frau jetzt wo ich rucke guck mal guck mal guck mal guck mal soll ich hinlaufen nehmt den Punkt ein Leute nehmt ihn ein machen sie machen sie wie es aussieht wird sogar rotis tachikoma ok doch nicht auuuuo ooo oh das war da neben ooo ooo kipding Na relative nach C aber ganz nicht nehmt die Flossenhinnin pum gelebungen weggepumpt jetzt wird das Ding hier mal eingenommen ja war soweit und es ist mein tachikoma tachikoma los los tachikoma töte sie mein dass diese komische roboter panzer dings da das nennt sich tachikoma ja 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 auch der panzer das ist tachikoma dieses blau-weiße teil da das immer so lustige sachen sagt und wenn heißt das bitte fick mich und nicht fick dich er soll mich ja nicht ficken denkst es gibt so einen ähnlichen roboter der heißt hitachi glaube ich naja hitachi kommt dass ich von dings hier tecken zwei oder so fahrrad ab in der größe ab ab also geht und ich hätte ich ja da will ich mich daran erinnern wenn ich schon mal so tachikoma kämpfen sehen hätte ja wie geil ich hasse den spielmodus ohne witz wo muss ich denn hin ach zu e genau los geht's ricky komm mal ich bin ja schon in der richtigen richtung einfach mit messer schön rein aber rechts in der enge auch noch leute ja ich habe jetzt die meisten geholt aber drei gegen fünf ist ein bisschen ne hardcore ja komm deine schwiegermutter ist so noch da um dich zu beschützen ja ich glaube ich bür vorhaut das nicht nur gmster hat was mit dem los so das ding macht einen unsichtbar okay die Wand ist ja echt nice was ist nice die Wand, die macht einen unsichtbar die Barriere ja die ist nicht schlecht wenn man sich strategisch gut einsetzen kann natürlich wohlgemerkt ja ich hab deine Stepmom abgeknallt wuuh wuuh wir haben auch mal einen Tatsikoma BUSHMODE Freddy ich häkel, du knallst ab unter anderem ja oder man knallt mich ab oh da ist so komisches Ding das nennt sich Tatsikoma wer hat mich denn da, Oricke 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 sagt doch nicht das war jemand anders ja wenigstens dich habe ich, Anubels ja und trotzdem die Granate einfach mal die Menge reingelunst irgendjemand wird schon erwischen naja und dann war grad dein Stinkstiefel von meiner Flende oooooo da hab ich ihn mit dem Messer ich hab schon wieder was in die Stiefen mal reingesteckt sehr gut wenn mal jemanden den Drecks-Tachikoma abknallt hat jemand Raketen? Ich hab ihn gehackt aber es hat ja keiner draufgeballert äh kacke ne ah fuck und da ist meine Drohne oh scheiße mann was hab ich dir hier angemacht das wird ja richtig stressig hier mit den Leuten mittlerweile super ja wir sind ja auch nicht mehr zu dritt sondern mittlerweile mit mehrmann fuck ja ja das ist ja voll kacke Anubes ich schwör's dir ich pick dich gleich von hinten oh ja Rotzi das hast du doch delicious Dankeschön Rikki oh ja Rikki mach dich nicht lustig immer nicht mach ich nicht ich doch nicht sowas würd ich niemals tun hmmm Rikki was hältst du nicht? da weiß ich wohl die Leute sich aufhalten I warn you ja fuck also oh da hab ich jemanden da hab ich jemanden nein da hab ich niemanden nein nein ich hab doch nicht und Sack ansicht mich dich ruht oh da sind zwei tot ja diese tot Junge ich kann da vorne gerade ah scheiß Granate von dir man ha 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 gute Granate Anubis gute Granate ich weiß ich bin halbgut ah komm jetzt übertreib nicht ja wenn du mal eine Glücksgrenade geworfen hast da das heißt doch noch gar nichts wir haben dich ziel Leute ja ja das müssen wir leider glaube ich auf den Punkt B verschieben die Konversation hier nein gerade gehts nochmal aufwärts hier aber gerade kommt deine Stiefmutter vorbei das kann natürlich die ganze Zeit werden o ach 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 ja ach ach geil scheiße kacke was sie ist so teuer und sie världen lose gerade etwa durch axe krone lebt er war ja das ist was gut er war schon dauernd er liebt wieder er ist da CD-Bus Leute kommen da kommen Leute mit dem Punkt einladen Ritter an ob es hat ja es ist tot Ja, aber ich hab die Vorlage geboten! Das ist keine Vorlage, Mann! Kommt schon, Leute! Trouble Kill! Ja, das war schon reudig, da zu campen und da die Drohnen loszulassen! Ey, ja! Guck mal! Was ist reudig, hä? Ich bin rattig! Rattig nach Kills! Oh, Alter! Hier, fünfter Kill ohne zu sterben! Oh! Oh, jetzt will Freddy es aber wissen hier! Egal, wir haben dich! Moment! Checker, checker, Eminem! Links rechts! Hashtag! Scheiße! Kacke! Behinderte Dreck! Na, wer kriegt auf die Fresse? Wer kriegt auf die Fresse? Ja, das gibt gleich mal direkt ein Rematch, aber auf der anderen... Direkter Permaband! Oh, wie war das? Wie war das? Würde mich gekickt werden, ja? Ich bin zufällig Roomhost, muss ich da zu sagen. Aber dieser komische Zolltag, der war gerade bei allem der Beste. Ich glaube, der hat eher einen Kick verdient. Ah, ne, der Zolltag, der spielt in Ordnung. Da kann man nichts... Da kann man nichts dran, Rödle! Ja, guck mal, ich... Ich habe nur drei Kills weniger als er. Also... Ich will nicht wissen, wie oft ich gestorben bin. Mindestens genauso oft, wie ich getötet habe. Ja, dann hattest du eine 1.0 KD, oder? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Hab nicht drauf geachtet. Und go! Mach dich kaputt, Junge! Was willst du, Junge? Fick schnitzel! Da sehen wir, wollen die Luder sehen. Verrückte Bongo! Die Map finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Vor allem dieser mittlere Punkt, auf den wir jetzt gleich alle zurennen werden. Der ist so schwer zu halten, weil es da so unten reingeht und du hast kaum Sicht auf irgendeinen Gegner. Und dann auch gleichzeitig von zwei Seiten, das ist echt freudig. Ah, ich muss den Bongo erstmal wieder ausmachen, ich höre ja auch nichts. So, jetzt höre ich euch wieder. Halt's Maul! Arozzi! Oh, wie passt das Lied zu dir? Welches? Er hat mir gerade bloß einen Link geschickt. Was? Ging Schmalz, die Fufis im Club von Sido? Nein! Was ist mit mir? Ja? Das Lied, was mir geschickt, das passt irgendwie zu dir. Ja, ne? Was Celine Dion, my heart will go on. Nee, oh Gott! Kann ich mal kurz kurz hingehen? Nee, warte, ich poste das eben. Wo mache ich das denn? Gruppe 1. Ich hoffe, es war wirklich nicht Celine Dion, eh? Und Granatenkill. Trotz war getötet, aber zeigt den Granatenkill hinterher. Ja, das ist ja egal. Ich habe eine separatere Funktion. Damit mein Team stress mich. Herr Norbert, Kenzo Bruce Lee's Home Video? Ah! Ah, da war der Riki. Nein, es ist der Markt mit Kilder, Alter. Oh, shit! Fuck, 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 fuck! Kenzo Bruce Lee's Home Video? Nein, ich habe nicht. Nein, ich habe nicht. Na, das habe ich nicht. Träni, ich habe bei YouTube ein Bruce Lee's Home Video. Träni? Ja. Decke mich bis zur unten reinmarschieren kann. Dann räume doch noch aus. Ach so, klar. Und reinmarschieren kannst? Ja, klar. Und reinmarschieren kannst? Ja, klar. Und reinmarschieren kannst? Ja, klar. Jetzt wird man es da. Ah. Ich habe deine Steppmann. Und rückwärter Anubis. Ja, egal. Ich habe auch getötet. Ich habe deine Steppmann. Ach so, ich muss auch auf den Stein drücken. Ach so, ich muss auch auf den Stein drücken. Achtung, die kommen alle von der unten. Yo. Wer mich nicht auf die Gehe. Na, macht's mir besser gut in deiner Kehle? Oh, bessere Deutel und Blutung und mehr Lust. was muss ich machen einfach bloß den Punkt einnehmen okay ich versuch's weißt du wie das geht? nö, aber ich folge den Pfeilen du musst bei dem Punkt in diesem komischen Kreis drin stehen ja? ooo, ich bin da und am besten dabei nicht sterben ich hab step your mom getrunken du hast meine Stiefmutter getrunken? da haben wir uns gegenseitig gekillt haha, nice da ist die schlimm war ne böse Stiefmutter Hopsache, ich schick die Sucher drohnen los und zack, erstmal zwei Kills deine Stiefmutter ist im Arsch aber nicht in meinem ooooh ooooh ich habe keine Munition wen hab ich gekillt? kein verdammte Scheiße ach scheiße, ich hatte Mist muss gleich auf die warum das? ooooh scheiße hey warum mussten die gleich auf? da war ich gleich noch offens da war ich gleich noch offens warum denn? ich werde hier gleich besuch ooooh die hat sich so weiß schon was bestellt ne pizza eine heiße pizza wie ein lover ihr ein lover was? ich hab keinen lover ja doch, die pizza ist dein lover aaaaaaah scheiß granate kacke die hängen alle bei c rum da wollte ich gerade hinlaufen ja, schmeiß ne granate rein bevor du runter guckst kenn den Weg doch gar nicht bei ooooh ja genau ricky ich lauf dir hinterher warte bist du schnell sollst du nicht mit fremden mitgehen oh 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 guck mal hier guck mal da 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 du kleiner pisser geh weg, geh weg, geh weg und wieder er und wieder er und wieder kann nicht sein das kann nicht sein siehst du doch dass es kann und sogar so ist ja, yes your stepmom hab ich mit der granate gekriegt, man great ach, jetzt hat er mich gesehen sie ist wieder von mir entfernt und sie hat mich getroffen nein, ich sehe da stand einer hinten über dir ja, und wer mein 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 lieblingsfeind bonus ja er hat mich auch erwischt alter pissarsch ey pissarsch fatze blutiger scheiden vor uns und du geh jetzt tot also das würzig wertet den ausdruck noch wesentlich auf muss ich sagen bam ja aber mit der shotgun drauf ist das ding down ey den wollte ich doch platt machen ja klar was machst du denn da spinnst du du mit deiner scheißpumpe du mit deiner scheißpumpe aber naja mein Kollege hat dich ja trotzdem noch erwischt ja für diesen Moment ja egal ja ja luftballon was ist denn das für ein Name luftballon was ist denn ribbrother a für ein Name man ja ribbrother anubis oder was ne ribbrother anubis nur da würd den aber das weiß ja keiner weil da steht ja nicht anubis ja weil ich es nicht schreiben konnte also nicht ausschreiben konnte das war scheiße ribbrother anus ja da kam auch schon öfters zur Rede da wundest du dich noch ich mein jeder normaler Mensch wenn der als Abkürzung irgendwas mit A sieht dann denkt der natürlich direkt an ja ja immer diese zweideuchigkeit immer diese zweideuchigkeit oh what the fuck und Ameisen sind ja auch keine unintelligenten Wesen ach quatsch da fällt mir der Ant-Man ein ja Ant-Man war cool ja Rick geh nimm mich mal auf deinen Huckepack und dann schieße ich und du läufst umgekehrt wäre glaube ich besser ja ne oh der war gerade echt ich hab keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr ich hab auch nicht abzuschießen man Mann ich hab auch keine Munition der sieht doch alles ich hab keine Munition mehr Leute haltet den Punkt haltet ein welchen? ja den einzigen Punkt den wir zu verteidigen haben A ja keine Ahnung ach so A wo ist ein A? oh guck doch auf die Minimaps ich bin bei A ich bin bei A und irgendjemand schießt auf mich irgendjemand schießt auf mich irgendjemand schießt auf mich dann schießt zurück hat er aber auch los an hatten amal amal band amal an und da ist er richtig in deinen anubes Arsch gegeben kkk in den Anus berg anubes Arsch kurz gesagt anus aber jetzt bei roller aber hey ich bin wieder mal die beste ablenkung dort steht dann kommt ein kaum komme ich angelaufen ich habe dich doch nicht so gedäfft voll schlapp macht oder was anscheinend doch ich kann doch nicht der einzige mensch sein der ein bisschen hier was zockt deswegen verteidige ich nicht gern die angreifer sind besser deine stiefmutter ist besser als du ist natürlich heulich da hinten in der ecke zu kämpfen scheiß kronos was hab ich denn für hallo sein wieso ich hab grad stimmen gehört hab ich zu freddie erwischt was ach der soltar der geht mir auf den sack ey sieg freu dich aber anders da geht er richtig ab dann schubs ich dir gleich ins ohr ich hab grad einen auf lager ach so da hättest du mir nicht mal den ganzen restlichen tag erleben sollen ich hab ähm chili-reis äh curry-reis gegessen so und das drei portzeln kurz hintereinander kurz hintereinander danach musste ich forzen dass die Arschbanken flattern hat's gebrannt hat's gebrannt hab's nicht versucht da leise dann wo da wo wo Bis zum nächsten Mal.